Du hast nur so eine einfache Garage und nicht genug Höhe für eine normale Hebebühne und willst trotzdem gerne mal was unter dem Auto schrauben, dann habe ich das Richtige für dich. Hallo, ich bin Michael, willkommen bei MKs Garage. Heute will ich ein bisschen Service an meinem Cabrio machen und will euch mal zeigen, wie man auch in so einer einfachen Garage ohne irgendwelche Arbeiten, Fundamenten oder Deckenhöhe oder so, vielleicht auch wenn ihr eine Garage nur zur Miete habt, welche Optionen ihr da habt, möchte ich euch gerne mal zeigen, was ihr da machen könnt, um unten an dem Fahrzeug irgendwelche Arbeiten durchzuführen und ich bereite da jetzt mal was vor. So, mittlerweile ist es der nächste Tag. Ich habe gestern den Service gemacht, so wie ich es euch erzählt hatte und wollte ich noch ein paar Worte verlieren über diese Bühne. Es handelt sich hier um eine Parallelogrammbühne. Der Vorteil ist, sie ist mobil. Wie ihr am Anfang gesehen habt, kann ich sie Hochwand an der Wand lagern. Ich brauche keine Fundamentarbeiten zu machen. Ich habe keine Säulen, die im Weg stehen, was in so einer normalen Garage ja oft ein Problem ist und ist flexibel einsetzbar. Die Überfahrhöhe sind so ungefähr 11 Zentimeter. Wie ihr gesehen habt, muss ich da immer wieder ein bisschen nachhelfen, weil das Carbion ein Ticken zu tief ist dafür. Es gibt von dem Hersteller da auch noch so ein paar Bodenplatten, dass man ein paar Zentimeter höher steht. Vielleicht sollte man da doch mal drüber nachdenken, sich sowas zuzulegen. Goldwert ist auf jeden Fall dieses 230 Volt Aggregat mit der Hydraulikpumpe, weil in der Serienausstattung hat das Ding einfach so ein Pneumatik-Hydraulikübersetzer und dann muss man die ganze Zeit den Kompressor laufen lassen und dann dauert das ewig, das Auto hoch und runter zu fahren. Mit dieser elektrischen Variante hat man das einfach viel zügiger nach oben gefahren. Dann noch diese Böcke dazu, die gibt es in verschiedenen Höhen. Ist ganz interessant, weil ich dann eine Bühne drunter wegziehen kann und dann hat man den kompletten Platz. Dann kann man zwar nichts mehr an der Aufhängung machen, aber ich könnte eine ganze Abgasanlage drunter wegnehmen, Getriebe tauschen oder so. Diese Böcke gibt es in verschiedenen Höhen, da muss jeder für sich selber herausfinden, was die besten sind. Ich habe damals etwas flassere genommen, weil ich da noch den Mini Cooper S hatte. Der musste, der passte ansonsten so von der Höhe her nicht mehr und deswegen sind die nur 40 Zentimeter hoch. Es gibt auch noch 60 Zentimeter oder auch andere Höhenanfertigungen. Ja, Nachteile. Nachteile gibt es bestimmt auch. Es ist halt die Überfahrhöhe, die da sein muss. Eigentlich steht das wirklich solide, da gibt es nichts zu meckern, das ist also kein Nachteil. Auch wenn das etwas einfacher aussieht als so eine Standardhebebühne, ist es stets doch echt stabil und durch die vielen Arme wird die Kraft auch super abgeleitet. Das war das, was ich euch da noch zu sagen wollte. Jetzt werde ich sie nochmal eben hochkant wieder an die Wand klappen. Dafür habe ich mir da hinten, da hinten, diesen Kran an die Wand gebaut, um das einfach ein bisschen bequemer zu machen. Ich habe das auch schon gesehen, dass das jemand mit einem normalen Seilflaschenzug gemacht hat. Das ist wahrscheinlich eine günstigere Alternative. Ja, ich hoffe, diese Information hat euch ein bisschen geholfen, falls ihr selber ein bisschen mehr schrauben wollt und keinen Platz für eine Säulenhebebühne habt und irgendwie was Flexibles haben wollt, dann hoffe ich, ich konnte euch damit helfen. Habt ihr selber eine Hebebühne? Habt ihr überhaupt so ein Equipment? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, denkt an das Glöckchen und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.